moin moin liebe leute und ein frohes neues jahr erst mal ich glaube das hatte ich bei skyrim ja schon mal irgendwann gewünscht oder world of tanks weiß gar nicht oder ob ich es überhaupt schon habe auf jeden fall jetzt dann schon mal ein frohes neues und ja wie ihr gemerkt habt habe ich gerade skyrim wieder entdeckt was natürlich heißt da kommt jetzt in nächster zeit wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür für andere sachen es kommen noch andere sachen definitiv halt standard dinger hier war thunder world of tanks seven days to die das wird auf jeden fall weitergehen ja keine ahnung also ich spiele ja das worauf ich bock habe beziehungsweise wenn mal irgendetwas von euch kommt dann versuche ich das natürlich auch mit einzubinden klar aber wenn halt nichts kommt dann spiele ich das worauf ich bock habe und ja aktuell habe ich richtig bock auf skyrim aber auch skyrim brauchen wir eine kleine pause deshalb jetzt hier heute war thunder und ja mal gucken bisher noch nicht so erfolgreich gerade irgendwie wird man wieder jedes flugzeug abgeschossen und dass mir kollidieren zu viel jetzt kommen gleich drei auf einmal das ist natürlich auch nicht so nett das ist natürlich auch nicht so nett mummy mich 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 Keine Ahnung, der Berg scheint hinter mir zu sein. Ich wollte gerade sagen, mein Bordschütze, der feuert doch. Oh, Mick. Boah, getroffen hab ich in meinem Spalt, ja. Bäh, ist ja immer noch hinter mir. Mann. Nee, ist neuer. Oh. Ich kann nicht mehr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Shit. Den hab ich natürlich jetzt grad nicht gesehen, weil ich da so ein bisschen abgelenkt war. Ärgerlich. Und ich hab den anderen, glaub ich, nicht mal getroffen. Der ist gegen einen anderen geflogen und kaputt gebrochen. Oder? Mal gucken. Oh, da ganz oben. Nö, also nicht wirklich was gerissen bisher. Aber trotzdem schon bleiben zu viel Spaß gehabt. Mal gucken, wie's weitergeht. Bin ich ja gespannt. Ich versuch mal hier unten ein bisschen zu helfen. Da kommen aber auch grad viele. Spitfire dazu. Die Jagdsee kommt auch noch dazu. Jetzt wird's lustig. So. Ähm. Nein. Oh, den hätt ich so schön treffen können. Ja. Der ist schon mal weg. Jetzt geht's mit dem weiter. Ja. Hoffentlich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Ich hab mal hier oben hin. Näh. Äh. 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 Ärgerlich. Da... Bin ich zu spät wie aufs Gas gegangen. Vom so doof. Oh, vielleicht sollte ich mal hier oben hinfliegen, was Kollege Wellington also sagt. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, noch 20 Sekunden? Nein! Hm, treu. So, da hinten kommt die nächste. Da flieg ich jetzt auch noch mal hin. Aber bis dahin machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da kommt die gute Wellington. Gerade oben aus dem Müll rausgeflogen. So, und nachladen. So, und nachladen. So, haben wir hier oben noch was? Oh ja, hallo! Oh, ein Spitfire. Ah nein, ich muss nachladen. Macht nix, flieg ich trotzdem schon mal hin. Viel Zeit ist nicht mehr. Zwei, eins. Jetzt. Ah. Ah. Da dreh ich ihn doch mal wieder ab. Nein! Ah, fuck. Boah, was ist denn hier los? Ich bin im Hauptkampfgebiet, glaube ich. Ich dreh, ich flieg hier mal wieder ein bisschen weg. Erstmal ein bisschen Abstand. So, jetzt. Spitfire. Ja. Herr mit dir. Lump. Komm schon in Ordnung. Du dann. Fernsehen. Ja na. Alle Ich kann nicht mehr so wirklich gut lenken. Ich versuch mal. Was versuch ich denn? Erstmal nachladen. Hinter mir kommt schon der Gegner. Aber das wird's jetzt nix. Ich muss jetzt gucken, ob ich lande oder irgendwie mir was im Gegner suche, der nicht so manövlieren kann. So eins zum Beispiel. Abschlusshilfe? Was? Ich glaube, es ist Hark. Ist mir egal. Ich muss jetzt landen. Ich kann gar nix mehr. Also ein bisschen was noch, aber weniger als sonst. Das ist nicht gut. Ich bin viel zu schnell. Nein, die haben doch gewonnen. Ah, so ein Ärger. Ich glaube, er sah es nicht schlecht aus. Haua. Was haben wir da? Orden des großen vaterländischen Krieges. Beste Staffel. Teamarbeit. Einfach schlachen. Na ja, süßes Mal. Gar nicht so schlecht. 1200 Punkte ist auch okay. Ja. Wenn wir jetzt noch gewinnen müssen. Das wäre natürlich richtig schön geworden dann. Aber gut. Beim nächsten Mal. So. Mit dem Teil hole ich mir am besten... Was hole ich mir denn? Ja. Kühler ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass ich hier mal weiterkomme. Das möchte ich dann als nächstes gerne haben. Damit er ein bisschen mehr aushält. Gut. Da würde ich sagen, geht noch eine Runde. Und zwar... Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, die Briten hatte ich lange nicht mehr. Ja. Bis gleich. So, liebe Leute. Eine Vorherrschaftskarte. Mal wieder. Und die, die öfter schon mal reingeschaltet haben, die wissen ja, wie sehr ich Vorherrschaftskarten mag. Und... Ja. Egal. Muss ich jetzt durch? Yeah. Wow. Oh, wie Sinn ist das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück hinter der einen her. Gucken, ob man da bestimmt was abgreifen kann. Ja, cool. Also, die hinten ist ein Schussgerissen. Wir werden das Koch Jungs not so졌nen. Und zwar... Wow. Wow. Wow! Wow. 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 Boah, der kam auf mich zu. Alter. Boah, beide leer. Shit. Acht Sekunden noch, der eine. Ja, ne, stimmt gar nicht, der eine war nur im hohen Bereich, weil er fast leer war. Na gut, dann dreh ich doch nochmal um. Ich glaub, der stürzt ab. Ja. Okay. Kurz ein Stückchen wegfliegen. So, und weiter geht's. Nein, weg. Oh, ich hab auch versucht, um wegzudrehen. Kacke. Oh. Ärgerlich. Das lief bisher eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das grad sehen konnte. Ich hab noch versucht, so wegzuziehen. Aber, das war zu spät. Mist. Oh, komm schon. Hey, hey, hey. Was ist da los? Was ist da los? Ich glaub, es hakt. Hinter mir ist ein Gegner. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo kommen die alle her? Okay. Okay. Das war aber mal Flughafenbeteiligung hier, würde ich sagen. Und da kommen noch mehr. Äh, da sind es sogar noch mehr. Hoa. Nein, nachladen. Boah, sind hier viele. Eigentlich würde ich ja echt gerne mal landen, ne? Ohohoho, ey, der Schwede, ey. Ah, da kommen noch mehr. Ja. Ah, ist alles rot. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinfliegen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinfliegen soll. Ohoho, die Kleine. Was ist jetzt? Das heißt. Ja. 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 Na gut, Leute. Ah, sehr gut. Vorbei. Bis gleich. So, ja. Die Runde ging leider verloren. Diesmal war es nicht ganz so knapp. Aber, ich weiß nicht. Spaß gemacht hat es trotzdem. Auszeichnung Profi. Aha. Ja, also da kann man, ne? 1.500 Punkte knapp. Sechs Abschusshilfen, drei Abschüsse. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das war eine richtig gute Runde. Und, ja, ich weiß nicht. Ich hätte... Nein, nee, doch. Wir hätten ja sowieso verloren. Also insofern passte das ganz gut, dass die Kleine da gerade mal gefüttert werden wollte. Und, ja. Was bleibt noch? Einmal ganz kurz gucken. Neue Abdeckung. Her damit. Ja. Die wird auf jeden Fall jetzt mal erforscht. Dann halten wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr aus. Fünf Prozent auf die Panzerung. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt auf jeden Fall. So, ähm, jetzt habe ich natürlich vergessen, oder nicht mehr im Blick, welche... bei welchem Flugzeug ich ein bisschen mehr G-Toleranz einbauen sollte. Wahrscheinlich bei allen. So, ich mache das erstmal auf 15. Sie bin ich gerade eben auch... Oh, ja. Puh. Das macht ja gar keinen Spaß so. Gucke ich mir lieber einmal noch alle ganz kurz an. Ja. Ich weiß nicht, ob 15 jetzt so viel besser ist, oder nicht. Oh, hier. Der hat noch gar keinen. Ja, auch mehr geht nicht. Ähm, Pilot, Ausdauer, Utilität, geht nicht mehr. So, nehmen wir den noch mit dazu. Fein. Und einmal hier. Okay. Also, falls ihr da Ahnung von habt, dann, ähm, hinterlasst gerne mal einen Kommentar, ob sich das lohnt jetzt, das weiter auszubauen, oder ob ich bis 20 hoch muss, um da irgendwie vielleicht einen Bonus oder sowas freizuschalten, keine Ahnung. Dürft ihr mir auf jeden Fall gerne dann da lassen. bin ich auf jeden Fall dankbar für, ob das irgendwie Sinn macht, oder ob jeder einzelne Punkt, den man reinsetzt, quasi das verbessert. Ähm, ja. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier, äh, klein bisschen früher als sonst Feierabend machen, aber es ist auch schon kurz nach drei jetzt, und, ja, so langsam muss man sich ja wieder an die alten Zeiten gewöhnen. Ähm, Urlaub ist bald vorbei. Mittwoch geht's wieder los. Äh, Spätwoch. Ich weiß gar nicht. Ich muss noch mal gucken, wann's losgeht. Wenn nicht Mittwoch, das weiß ich. Ähm, ja, ich sag auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mal wieder mit etwas anderem als Skyrim. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Und, ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, liebe Leute. Ciao, liebe Leute.